hallo leute und herzlich willkommen zu ein neues video und ich muss glaube wieder ein cut machen ich bin die perlen denn ich habe vergessen das ding nicht anzumachen jetzt muss ich hier irgendwas wieder einblenden ja also bis klar bin ich da habe nur kurz vor dem gesetzten stören aktiviert und ich habe nämlich die scheune erweitert damit ich mehr machen kann ich habe versucht ein anderes pferd zu züchten leider ist ein elfenbein kregen fett geworden das was ich schon habe ich hoffe es ist ein hengstchen also ich muss nur wieder machen und dann läuft nenni toni so denn ich habe ja auch gestern gezüchtet ich habe heute gestern viel gezüchtet ja leider ist mir aufgefallen dass ich immer dasselbe fett hier einmal zum beispiel das männlich das weibliche von selfen das heißt daisien und jetzt haben wir noch von cleo toni weil es ja vergünstigt worden ist die anderen pferde habe ich dann also dienst gezüchtet worden sind habe ich dann auf die weide geschickt zum leveln es ist leider keiner aufgestiegen so ich muss mich noch um alles viel kümmern viel viel kümmern wie gesagt ich habe nur ganz leise im hintergrund ja irgendwie war das doch man konnte das mache ich erst später mal wenn ich mal genug geld habe wie gesagt ich habe gestern sehr viel geld ausgegeben und die truhen öffnen ja ich bin einmal dritter platz geworden ich habe jetzt aus versehen auf die stoppteste aber ich habe ja nichts verpasst ich habe jetzt aufgesucht ja hier habe ich auch einen wattenberger gezüchtet ich hatte verdammt viel glück sage ich euch ja leider bin ich etwas voll ähm denn ich habe tim gezüchtet mein agnose aglonomalu sage ich immer gerne denn ich versuche ja immer noch einen tinker zu züchten und ein lusitano denn das brauche ich ja für den kasper ja lusitano wattenberger habe ich jetzt wattenberger und flogpferd ich glaube ich habe männlichen oder nee oder was ist das ist ein irrisches sportpferd achso ich kann grad noch sehen was ist denn das das ist ein junge nein es geht doch nicht ich habe zwar jetzt das pferd aber leider das falsche denn damit kann ich nicht züchten weil das nämlich wenn ich hab ich hier noch platz in der oase oh nein oh nein ich habe keinen platz mehr ja ich wollte rio eigentlich noch ich habe keinen platz mehr ich weiß nicht mehr wohin damit supi grrrr 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 sage ich nur hier habe ich auch gezüchtet hier habe ich nämlich einen pony gezüchtet ihr seht der neuzugang ist mikey mikey ist ein shetland pony oh gott oh gott oh gott und das aufwerten ist auch immer teuer bis hier jemand weg sind gestiegen ich habe jetzt hier noch ein bisschen platz aber ich muss meine pferde verkaufen ich behalte eins von der rasse aber dann muss ich andere verkaufen und das geht nicht ich habe ich habe zu wenig platz dafür lea ist auch ausgelabelt diamanten das ist immer gut denn ich verbrauche zurzeit ziemlich viele um mein pferd abzulevellen ähm nanni ist noch nicht ausgelabelt die behalte ich auch jack dann werde ich ria verkaufen ria ist nämlich level 15 sorry ria so denn ich brauche platz und hier sind eigentlich ein paar pferd sind die ich nicht brauchen karen karen ist auch ausgelevelt was ist das ein tennessee walker karen karen aber ich muss hier auch verkaufen platzmangel Svenja, was ist denn Svenja für eine Rasse an der würde ich tatsächlich sie behalten mal gucken koko ich werde koko auch verkaufen aber sie muss noch ausgelevelt werden was ist mit cookie cookie ist auch bald ausgelevelt und link brauchen wir ja meistens mal was für die züchtung grrrr 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 aber ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr platz und meine pferde hier die brauche ich ja noch so john john ist noch nicht ausgelevelt mist 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 vor noch blaues futter und kirschkuchen ich weiß nicht wohl nie habe ich auch schon wieder gezüchtet ne das wird irgendwie nicht so ähm das brauchen wir das brauchen wir ich brauche eigentlich alles was ich hier habe ich habe recht viele kirschen das ist äh plumplomatisch dass man jetzt so viel braucht wieder ähm not da die oasen sind noch voll teuer und es dauert auch eine Warte was habe ich nie ja ich versuchte einen t2 ähm mystery foxrotter zu züchten jah versuchte aber nicht geglückt so wie viel kirchproben brauchen wir denn noch ich habe zu finden es mir fehlen also noch hier muss ich doch zweimal noch mal ansetzen zwei kirchkuchen ersetzen wir das hier und das wieder laues futter brauchen wir dann noch hier muss ich auch noch mal gucken ich weiß dass man ja das salat backt ein bisschen denn man sieht gar nicht mehr also in mitte alter war ein rest hier ein pferd mit den zweck unterhaltung reiten krieg oder sich krieg das ist der name einer deutschen federation auch einer was torte schwarzwälder welche federation hat ihren ursprung in nordeuropa apalooza andalusia nordeuropa ich glaube andalusia oder nee wort wird ja ja was für ein tag brauche ich denn jetzt nicht johnny und angel brauche ich noch etwas zu züchten svenja brauche ich wie viele stunden denn 19 stunden johnny will ich noch ausleven nämlich svenja ich müsste mein gletscherpferd hin geben das tue ich aber nicht denn das brauche ich noch so wieder hier rum switchen denn hier versuche ich ja immer noch rocky und lünen das mache ich hier nicht das ist die prozent ist nicht sehr wenig na na endlich jetzt haben wir schon mal ein stufe zwei mystery fox trotter die hat zuchtbelohnung zucht event belohnung ebenso zu wenig platz aber das problem ist ja die 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 ich als freundes liste habe also dann die sind ich habe alle nicht gerade und deswegen werde ich auch nie als stahl also und beim trainieren angemeldet als stahl bursche ebenso in einer star more pony habe ich nämlich gezüchtet was ist so denn was bist du denn eigentlich du bist die hengst denn ja platz mangel ever denn wenn schicken wir ein johnny welcher noch 11 buka ist ausgelevelt jana und angel sind auch ausgelevelt und oliver mein welcher pony kann rein das brauche ich mich auch nicht mein welcher pony oliver insel denn ich habe das pony auch gezüchtet denn das ist auch elite mario komm komm du bist um mario hmmm hmmm achso hmmm Laura hat meistens die Pferde, muss ich mal dort gucken, ob sie ihren Pass misst gehört hat so, wie viele Minuten ich muss jetzt schon wieder Schluss machen, denn ich bin schon wieder bei 10 Minuten und ich will mindestens nur 10 Minuten, sonst wird das zu lange also bis zum nächsten Folge und ja ich mach heute noch ein äh, Video mit Willcraft um euch noch ein bisschen was zu erklären was gestern passiert ist mit dem Livestream, also bis später